Okay, das machen wir morgen. So, wir müssen los. So ist die Kamera soweit. Ich erkläre nochmal ganz kurz den Ablauf. Für die Kamera gilt, dass sie, wenn wir in der Szene sind, erst bei, wenn ich Zoom sage, sie auf Horst zugeht. Vorher nicht, vorher bleibt sie in der Erzähltotalen. Also, der Lieferer auf dem Pferd kommt an, machen wir ganz kurz, Deutsch mal ganz kurz an. Dann springt ab, geht zum Stall, Stalltür öffnet sich. In dem Moment, wo die Stalltür sich öffnet, Horst, gehst du rüber, greifst zur Forke und es beginnt der Fight. Das ist etwa die Szene. So, Augenblick mal. Ich weiß, dass ich hier nicht sein darf, aber ich muss dich kurz sprechen. Ich weiß, dass ich hier nicht sein darf, aber ich muss dich kurz sprechen. Ich weiß, dass ich hier nicht sein darf, aber ich muss dich unbedingt sprechen. Zettel wegwerfen. Kamera. Steigt ab. Danke. Horst. Und auf noch. Und. Und zoomt auf ihn. Zoomt auf ihn zu. Und er kriegt keine Fresse. Horst. Und zu. Mehr. Mehr. Noch mehr, Horst. Noch mehr. Noch. Noch. Habt ihr ihn drin? Habt ihr ihn drin? Und er kriegt keine Fresse. Ja, sag doch deinen Abschied. Du verabschiedest dich von ihm. Du bist völlig entsetzt, dass du dir selber vorstellen musst, ihn jetzt zu verlassen. Er ist so lädiert und zusammengeprügelt dahin, dass du überhaupt nicht mehr dich sehen will, weil er entstellt ist. Birgit. Kann ich den Text wieder noch mal sehen? Was? Ja, hier, aber ich meine, du hast doch gestern gehabt. Ich kann so nicht arbeiten. Wie? Du kannst doch den Text, diese fünf lächerlichen Sätze, die du ihm sagen willst, kannst du doch hier hingehen, dich konzentrieren und sagen, dass du von ihm Abschied nehmen willst. Das ist doch möglich. Das ist doch dein Beruf. Ich schiebe zu viel Stress hier. Und mit ihm kann ich überhaupt nicht arbeiten. Was fällt dir jetzt ein? Mach hier mal. Komm, jetzt bleib mal hier. Bleib mal einen Moment hier, bitte. Ja, bitte, ich versuch's einmal. Du weißt, wo dein Stichwort kommt? Für Koffer auf, Koffer zu. Was war dein Stichwort? Ich lass deinen Brief hier, ja. Du mach hier noch mal die Haare nass, die sind schon wieder vollkommen trocken. Konzentrier dich. Ich verschwinde auch. Ich spiel von mir aus den Liebhabern, leg mich dahinter, dann hast du mich los. Du siehst mich nicht mehr. Und stell dir vor, da liegt dein zusammengekühler Liebhaber da hinten. Und du sagst ihm nun, ja, was sagt er jetzt? Ja, bitte. Ich weiß, dass... Rainer, komm, weg, weg, weg mit dem Wasser, weg. Hopp. Ich weiß, dass ich hier nicht sein durfte, aber ich muss mit dir sprechen. Es ist so okay. Na ja. Ich weiß, dass ich hier nicht sein durfte, aber ich muss mit dir sprechen. Ja, es wird irgendwie aufgesagt, ja. Also auswendig gelernt, tut mir leid, aber... Ja, ich kann's auch nicht ändern. Ja, konzentrier dich halt mal. Ich meine, versuch dir nur mal vorzustellen, dass du einem völlig lädierten, zusammengeprügelten Mann erklären musst, der kann sich sowieso nicht bewegen im Bett, dass du ihn jetzt verlassen wirst. Also, bitte noch mal. Er ist schwer verletzt, entstellt und du nimmst den Abschied von ihm. Das müsste doch möglich sein. Versuch's bitte noch mal, ja? Text ist hier, wenn der noch mal ankommen will. Kamera jetzt auf Sie, bitte. Ja, bitte. Ja. Das ist hier, wenn... game Paige jetzt hier.